Viele kamen vorbei. Autos, Menschen, das Leben. Was ist denn das? Das Leben. Es ist Gefahr, Vertrauen, Verzweiflung, Liebe, Tod, Jugend, Häuslichkeit, Gewalt, Erwartung, Fröhlichkeit, Sehnsucht und Geborgenheit zugleich. Aber Zeiten sind das. Keine Liebe mehr unter den Menschen. Wem kann man also trauen? Den hier? Oder diesem Mann? In die Nacht hinein? Ich habe einen Schutzengel. Schutzengel? Das ist gut. Hoffentlich passt er nicht so genau auf. Sind die Dicken harmloser? Verlass mich nie, denn ohne dich bin ich nichts. Und was halten Sie von diesem Gesicht? Wie alt sind Sie? Und wohin wollen Sie eigentlich mit Ihnen? Richtung Frankfurt. Aber was geht Sie denn das an? Geht es uns wirklich nichts an? Viele kamen vorbei. Aber jeder, dessen Herz für das Glück und das Leben seiner Lieben schlägt, sollte an diesem Film nicht vorübergehen. Ein Okzidentfilm im Weltvertrieb der Transozean, demnächst in diesem Theater.